So, Freunde, das war ja mal gerade so furchtbar, dass ich jetzt hier ein Päuschen eingelegt habe. Also, wir sind wieder zurück bei Crysis. Selber Aufnahmetag, ein paar Stunden später. Ich hoffe, wir kriegen das nur etwas besser hin. Hier geht's also los. Komm, Freunde, haut ab. Einer. Oh, wie viele sind denn da? Oh, ich sehe es doch jetzt schon kommen, dass wir sterben. Zwei. Gut. Okay. Einmal gestorben. Zurück, zurück, zurück. Erstmal die hinter uns erledigen. So, den haben wir. Komm schon. Ah, knapp daneben. Wo ist der andere? Komm, 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 drehen, 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 drehen. Die kriegen wir, die kriegen wir. Jetzt. Ja. So. Einer lebt noch, dein.